Reisbeck, der Garant für Qualität und besten Geschmack. Seit mehreren Generationen wird hier das Lebensmittelgenusshandwerk gelebt. So wird der Natursauerteig für alle Brote aus Roggenmehl und Wasser nach hauseigner Rezeptur ohne chemische Zusätze gezogen. Das Holzofenbrot wird auch heute noch in einem traditionellen Holzofen gebacken. Die Brezeln, liebevoll von Hand geformt, sind eine Qualität für sich. Mit dem Sachverstand des erfahrenen Bäckers entstehen hier beliebte Produkte mit unverkennbarem Geschmack und Qualität. Zum Beispiel das Holzofenbrot und lecker duftende Croissants. Das Süße entsteht unter der Kontrolle und langjährigen Erfahrung der Konditoren. So wird ein Besuch in einer der Filialen der Bäckerei Reis ein genussvolles Erlebnis. Hallo. Hallo. Was darf's sein? Ich hätte gern zwei Schokolade und eine Laugebrissen auf die Hand, bitte. Jawohl, gerne. Dankeschön. Einfach köstlich wie immer. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Reisbeck, denn Tradition verpflichtet.